mal mit einem Livestream mal YouTube an, denn er hat irgendwas nicht wieder funktioniert, und ich habe vergessen. Geht das? Ey, da ist Schwede. Dass man Potsdam nicht mehr drauf findet, finde ich crazy. Besten! Etwas anderes könnte ich in diesem Fall auch absolut nicht akzeptieren. Das Brandenburger Tor soll im Zentrum meines aktuellen Projektes stehen. Ein Verbot würde meine monatelang Vorbereitungen zunächst machen. Was ist hier los? Hier ein Fotografierverbot zu verhängen wäre unerhört. Das können sich diese Deutschen nicht erlauben. Der Graf von Droste-Schattenburg ist schließlich nicht irgendwer. Ich habe selbst hier einflussreiche Freunde. So schnell könnten Sie Fotografierverbot gar nicht aussprechen, wie ich beim Magistrat wäre... Fotografierverbot. Ich wollte nicht, dass Sie sich echauffieren. Bitte entschuldigen Sie meine Frage. Ihre Kamera sieht sehr professionell aus. Natürlich. Es handelt sich ja auch um das fortschrittlichste Modell, das heutzutage erheckt wird. Fortschrittlichste Modell, geil. Ich habe einen neuartigen Modus, den ich für experimentelle Aufnahmen verwende. Ich belichte in festen Zeitabständen ein und dasselbe Bild. Damit fange ich verschiedene Phasen des Motivs ein und stelle das auf einer einzigen Fotografie dar. Ah. Verstehe ich auch, warum das Stativ so massiv ist. Die Position der Kamera darf sich ja während der Aufnahmen nicht verändern, oder? Ich sehe, Sie verstehen etwas von der hohen Kunst der Fotografie. Ich würde mich eher als interessierten Laien bezeichnen. Um nochmal auf das Fotografieverbot zurückzukommen, das möchte ich mal... Ich muss doch nochmal wegen des Fotografierverbots fragen. Ja, bitte? Sie sagten, falls es hier auf dem Pariser Platz ein Fotografierverbot gäbe, dann könnten Sie das beim Magistrat der Stadt ändern lassen. Immerhin zählen einige der Abgeordneten zu meinen besten Freunden. Und ich glaube kaum, dass einer von Ihnen zulässt, dass der Graf von Droste-Schattenburg sein aktuelles Fotografieprojekt nicht zu Ende führen kann. Was passiert aber dann mit Ihrer Kamera und der laufenden Aufnahmeserie? Vielleicht findet sich ja ein interessierter Passant, der so lange ein Auge darauf hat. Aber ja, natürlich. Ich helfe gern, wenn ich kann. Ich möchte Sie dann mal nicht weiter von der Arbeit abhalten. Danke. Geil. Danke. Geil geschehen. Das war jetzt alles, ne? Nicht ganz alles, aber guck mal. Journalist. Im Moment möchte ich... Ja, ja. Den Presseausweis aus der Jacke könnte ich gut brauchen, um zu Glenn ins Stadion zu kommen. Aber bevor ich jetzt gleich wieder ans Stehlen denke, sollte ich Edison einfach erstmal höflich fragen. Vielleicht borgt er ihn mir ja. Ja. So. Fragen wir ihn ja. Hier läuft immer eine Eile, immer ein Hetze, könnte ich sein. Darf ich kurz stören? Ach, stören würden Sie nur, wenn mir das Lesen dieser Zeitung vergnügen bereiten würde. Was es, um ehrlich zu sein, mit Nichten tut? Äh, worum geht es denn? Warum? Keine Ahnung. Ich hab den Presseausweis in Ihrer Jacke bemerkt und mich gefragt, ob Sie ihn mir nicht vielleicht borgen könnten. Nur heute Abend, damit ich zu den Wettkämpfen ins Stadion kann. Ich fürchte, das geht nicht, da ich selbst noch zu einem Wettkampf muss. Außerdem kann ich mit dem Ausweis kostenlos die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Aber es ist wirklich sehr wichtig, dass ich heute Abend noch ins Stadion komme. Aber Herr Kollege, wir reden hier doch lediglich von Sport, oder? Das sollten Sie nicht überbewerten. Morgen ist auch noch ein Tag. Dann können Sie sich Ihren Presseausweis ausstellen lassen und mit der Berichterstattung loslegen. Gut, ich verstehe. Entschuldigen Sie nochmal. Nichts für ungut. Ich möchte nicht in den Wagen schauen, weil ich dann das Kind wieder erschrecke. Allerdings hat es vorhin deshalb beinahe sein Lolli ausgespuckt. Und da zu viele Süßigkeiten bekanntermaßen nicht gerade... Langweilig, lieber Doppelsprung-Spiele spielen. Ja, Doppelsprung ist auf dem Rechner deaktiviert. Wenn mich die massive Mama beim Erschrecken erwischt. Vielleicht lässt sich das Ziel ja auch ohne direkte Selbstbeteiligung erreichen. Ja, das Spiel hat auch Vogel... äh, Vogel. Von meiner Mutter habe ich gelernt, dass man nicht mit den Fingern ist. Hier wurde irgendeine dicke rote Soße verschüttet. Hm, hat irgendwie mal aufgeht. Äh, nicht lassen. Wie schon mein Büro erkennen lässt, habe ich gewiss keinen Putzfimmel. Aber... Die Vögel sind wieder extrem laut. Ja, das sind die Vögel im Spiel. Extrem laut. Weil... Meine Vögel sind... Okay, sind doch ein bisschen laut. Relativ. Moment, ich töte sie mal kurz. Ich muss mal... Ich muss mal... Ich muss mal eine Hälfte machen. So, ich hab sie mal... Einig müssten die von mir ein... Ja, das Blöde ist, das scheint die Sonne hier direkt rein. Die Sonne. Und das sehen sie. Und das finden sie geil. Die wollen rausgehen vögeln. Ja, es ist nervig. Aber ich kann es leider nicht ändern. Warte mal. Die Decke ist drüber. Das ist es ja. Oder die Decke ist drüber. Aber stelle die Decke ist zu dünn. Da scheint es immer noch durch. Ich hab ein dunkles Bettlaken drüber. Ich müsste wahrscheinlich eine dicke Bettdecke, schwarze Decke rüber packen. Aber ich hab Gardinen ja zwar dazu gezogen, dass es auch nicht so rein scheint. Aber Gardinen? Okay, das sind auch so... Oder er schenkt die Vögel einen neuen Käfig. So Backofen, Mikrowelle, Mikrowellen-Käfig. Und bei Bedarf kann man es ja... Wenn die frieren, mach ich Mikrowelle an. Dann ist es warm. Oder Backofen. Aber alle wissen das ja. Ich glaub das... Dann bin ich auch ein Backofen. Dann hab ich auch ein neues Zimmer. Backofen. Nee, das muss ich mir nicht mal klären. Einmal mal. Das muss geändert werden. Weil die ziehen nicht aus. Die sterben nur irgendwann. Irgendwann. Es hat dummerweise schon geschlossen. Maser-Käfig ohne Fenster. Hahaha. Ah. Nein. Darf ihn. Nein. Nein. Das Büro des International Olympic Committee, kurz IOC. Ich liebe meine Frau und ich hab Angst vor ihr. Was ist das? Auf der Serviette steht der Name des Kaffees. Erika. Sie ist mit einer undefinierbaren dicken roten Soße beschmiert. Erika. Du bist ne geiles Nette. Kann man nicht das Baby... Genau. Kann man das Baby nicht... Dann hast du ein Problem. Ja. Ja. Jetzt bin ich wieder traurig. Du hast es geschafft, jetzt bin ich wieder traurig. Alter, ich hab gestern... Das blitzernde Ding bleibt nicht an dem Draht hängen. Ich hab gestern... Oder heute nacht... mit nem Kollegen... Hi. Das Gitter bekomme ich nicht auf und mit den Händen kann ich leider auch nicht... What? Oh, das geht selbst doch nicht. ach so ja okay ja wenn Yvonne die Vögel zu lieb baue ich ein Käfig Rucksack dann soll sie die Vögel mal mitnehmen was hab ich jetzt gemacht also ja geil das unterbreite ich hier mal wenn sie einen guten Tag hat gut gelaunt ist und ich war genug in die wegstehen das war ja sehr intelligent so Brandenburger Tor kann man das nicht daran klatschen es hat an der Litfaßsäule schon nicht mehr richtig geklebt wie sollte es das nicht davon abgesehen frage ich mich natürlich meinst du weil sie gut gelaunt ist oder wenn ich mal genug Abstand und Mut hab einfach so oder Verkehrsschild ein Haltestellenschild der Buslinie kann man das abbauen das ist doch alles kacke hier irgendwo ran klatschen und dann sagen hey da 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 du guck doch mal da äh ja es hat an der Litfaßsäule schon nicht beides ja danke wie sollte es dann hier halten davon abgesehen frage ich mich natürlich wo mich hier Werbung für eine Kamera anbringen sollte ach so sogar so einen Hund hab ich gehört aber vor allem im Spiel das ist schon ach so jetzt mach ich zwar mal dasselbe lebt das nicht rote Soße mit kann ich hier einfach mitgehen äh ausleihen naja Kasten oh gut leider hab ich nicht genug Geld dabei um den Mann eine kleine Spende zukommen zu lassen Alter hinten könntest du Doppelsprung könntest du das sagen und wenn nicht genug Abstand einfach schnell weg springen ja das muss ja auch sehen ist der Leierkasten kaputt? nö hier fehlt nur die rechte Motivation die Sache anzuleiern die rechte Motivation ja ich mach auch nur heute ein kleinstream eine Stunde oder so spiele ich und natürlich sind auch ein paar Groschen verdient nicht verkehrt tja zuhören kann ich also ich werde es überleben und die Vögel auch und ja schon in Ordnung warum stehen sie denn nicht aus den Ausgleichen die Zahl potenzieller Zuhörer ist denn die ja schön ist mit dem Kopf ja genau geil so aus dem Comic wie aus dem Comic der Platz wurde mir zugewiesen zwar kommen hier ja Sportler und Journalisten vorbei aber leider nicht mehr jetzt so unmittelbar vor den Wettkämpfen ich bin froh wie ich nöchter bin weit mehr ist um die Zeit da vorne am Haupteingang los gestern mit Chris geschweig mit Sanjo war hier gewesen halbe Schlasche Korn, halbe Schlasche Wodka und irgendwie zwei Schlaschen Cola nur in unseren Kopf gehauen ich glaube ich war im fünften Bett na dann ich schau mir mal noch ein bisschen ich spiele wohl später mit Potato und Mucke und Hater was ja mach das mach das ich kann man zu ja ich ich kann man zu viert spielen ich vielleicht mal mit wenn ich darf aber ich werde es nicht versprechen weil nachher muss ich nochmal weg mit meinem Sohn und ich weiß nicht wann ich los war und ich weiß nicht wann ich wieder da bin ich hab gestern auch noch getrunken ja keine anderen mit mir gespielt ja ich wir haben ich war ganz nicht online war gelogen ich war ganz nicht online ich war halb Tag nicht online ich war ja unterwegs gewesen hat ja gesehen Grasfaser gesucht im Wald dadurch wochen spontan von Spahn Action eigentlich muss ich Sanjo hier weil der Magnetiker kommt auf dem Sofa der Brofrost mal zeigen an den Flaschen ist zwar ein Ventil aber warum sollte ich das Gas entweichen lassen weiß ich nicht weil du doof bist ich weiß ja nicht warum wozu brauche ich die also guck mal hier doch wenn ich den Handschuh mit der Öffnung kurz an das Ventil halte kann ich ihn mit Helium füllen oder andere tolle Spiele cool jetzt habe ich einen Ballon allerdings einen wirklich sehr hässlichen Ballon ja wir haben gestern viel gequatscht viel viel ich glaube fünfmal im Bett keine Ahnung genau war echt sehr interessant wir haben gestern den rechten Arm zerstört ach du scheiße das stimmt doch aus der FIBO gewesen ich habe weder gesehen kann mir ja nicht übersehen sind ja fast auf jeden Account und 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 der Gummi Handschuh ist mit Helium gefüllt was hast du gemacht hast du gut festhalten damit er mir nicht davon fliegt hast da Frauen gestemmt und und denn er sieht wirklich fürchterlich aus Bänderriss hä? oder sowas ich habe nicht zugehört ich muss ihn gut festhalten damit er mir nicht davon fliegt was eigentlich Sehne oder Kapsel gab gerissen mmmm Kapselriss soll nicht schön sein habe ich gehört toi 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 nie gehabt wünsche ich keinen denn am draht kann ich den Ballon festhalten ohne mir an den drauf geschmierten Flecken die Hände schmutzig zu machen mmmm scheiße scheiße schau später einfach mal Tiktok oder hier der neue Short mal was passiert hat meine Freundin hat meine Freundin das ist das Beste das ist das Beste über solche Sachen auch gefilmt werden ich hätte gestern noch eine geile Situation im Wald gehabt mit Hund auf dem Arm über so Modderdeich das war so survival pur alle sind über so das Wanderweg sind wir gegangen und da war der Wanderweg überschwemmt von so einem Modder Moor und landen da paar Baumstämme so kleine Stämmchen und dann habe ich gedacht können wir rüber laufen stöpseln und dann wird er weiter nur der Hund und ich habe den Hund auf dem Schur dann gehabt und bin da rüber getöpselt und beinahe reingefallen dann bin ich rein aber halt war sehr interessant das hätte ich mir auch gewünscht mir das jemand aufgenommen hätte Darf ich Sie nochmal fragen Besorgen Sie sich für Ihre Räuter ich hätte sagen sollen nimm es mal auf und bringen Sie Ihre Fotoausweis also live Videos sind aber das Beste was bei TikTok ist weil solche Sachen mal so mit den Armen gucke ich mir die an dann sind glaube ich die besten Sachen die bei TikTok laufen wette ich das geht zu die Decke wahrscheinlich habe ich jetzt nicht zugehört aber läuft keine Ahnung man muss eine Kamerafrau oder sein dabei haben eine Kamerafrau ja Kameramann ist kacke Kamerafrau ist geiler hast du recht man hat auch immer was zu naschen hä dabei sein ist alles geil so Cam-Action Cam-Action ist auch wieder kacke weil Cam-Action ja aus den Nerven geht er hin der Leierkastenspieler hofft wohl darauf dass spendable Passanten Geld in den Hut werfen aber noch ist der Hut leer Kann man ihm irgendwas ich wollte sagen ins Gesicht drücken Hallo Hallo wie ich sehe herrscht hier immer noch erst filmen dann maschen ja wir nachstellen später erst mal muss ich was leisten viel Glück ich setze dann mal meinen Stadtrundgang fort ich wünsche noch einen schönen ja 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 ich glaube das habe ich schon mal gehört man muss ja nicht alles her fünfmal oh man 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 Museum ist unten ich geh nochmal rein es ist blöd wenn man einen Tag nicht gespielt hat und dann mal wieder rein kommen muss möchte tun sollen ich lass die Tür offen Ausstellung die Ausstellungshallen sind geschlossen heute Abend findet ja 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 hier war auch nicht was ich glaube so viel war hier gar nicht mehr so ich schau mal Fallout weiter vielleicht bis später ja vielleicht bis später Fallout muss ich auch weiter gucken ich habe erst erst der Folge geguckt oder ich mache ich jetzt ausgucken nächste Folge weil gefällt mir volllos gefällt mir ja dir noch viel Spaß und gute Besserung gute Besserung ich freue mich schon dann Short zu sehen und Schadenfreude zu haben tut mir leid Scheiße oh scheiße Katscherriss wahrscheinlich tippe ich mal AUTO und geh mit und geh mit da hin oh nicht da ich muss immer komm komm ein bisschen mehr aufpassen hier jetzt ein bisschen mehr aufpassen mal sehen ob sich das kleine über sein niedliches Geschenk freut egal jetzt geh ich lieber in Deckung äh was soll das denn wer spielt hier solche Lausbuben streiche hier hast du einen neuen Lolli mein Sahneschnittchen ich hatte eigentlich die Intention den Süßigkeiten Konsum des Kindes etwas zu bremsen aber wieder verpufft eine meiner erzieherischen Maßnahmen in nichts äh äh mal Sahnehäufchen ne äh ja Aktionen dieser Art hinterfrage ich nicht mehr jetzt ist das Schild jedenfalls mit einer klebrigen Zuckerschicht überzogen ja dank der Zuckerschicht würde das Werbeposter zwar an dem Haltestellenschild kleben bleiben aber warum sollte ich hier Werbung für einen Fotoapparat anbringen guten Tag Herr Graf wir müssen hinterfragen immer so viel nichts hinterfragen einfach machen ich muss doch nochmal wegen des Fotografierverbots fragen ja bitte sie sagten falls es hier auf dem Pariser Platz ein Foto immerhin zählen was passiert vielleicht findet sie aber Jana ich möchte sie dann danke das kenne ich alle schon das hatte ich nicht erinnern auf diesem Poster wird für einen Fotoapparat geworben achso geworben dank der Zuckerschicht würde das ich hab keine achso der geworben geworben mhm der Lolli dürfte tatsächlich lang genug sein damit an den glitzernden Gegenstand zu kommen wenn ich nicht habe bleibt das Ding kleben und ich kann es herausziehen wer sagt's denn eine Reichsmarktmünze eine Reichsmarktmünze ja wer fällt denn dazu nicht ein eine Reichsmarktmünze hab ich gefunden oder der Typ in den Hut reinschmeißen dann will ich mal telefonieren ja mit wen denn ich weiß eigentlich gar nicht wann ich anrufen möchte verbinden Sie sich bitte mit dem Café Erika am ich müsste diesen Edison irgendwie ins Café locken dann könnte ich mir vielleicht seinen Presseausweis borgen ohne den ich leider nicht zu Glendens Stadion komme na schön dann versuche ich mal mein Glück das Café Erika am Pariser Platz bitte haben Sie bitte einen Augenblick Geduld Café Erika mein Name ist Wagner was können wir für Herr Wagner haben Sie einen Gast namens Edison Baltus Edison ja Herr Edison ist derzeit unser Gast ihn darf ich melden hier spricht sein Chefredakteur aus London sagen Sie ihm bitte es sei dringend er muss sofort zurückkommen es geht um pikante Vorfälle im Buckingham Palast er soll darüber einen Artikel schreiben ich werde es ausrichten warten Sie bitte einen Moment ja Herr Edison schon wieder ein Telefongespräch für Sie wer ist es denn dieses Mal Ihr Chefredakteur aus London es gibt wohl einen dringenden Auftrag das britische Königshaus betreffen endlich meine Gebete wurden erhört wo ist das Telefon folgen Sie mir bitte gebeten perfekt ist zwar nicht gerade die feine englische Art aber verglichen mit meinen Brüller hat er auch geklaut Konsequenzen des Ausweisdiebstahls für Edison doch eher trivial er verliert womöglich einen Job den er hasst und muss künftig für Busfahrten ein paar Groschen zahlen ich halte das für durchaus akzeptabel und ein schlechtes Gewissen hat sich auch schon wieder beruhigt schnell weg es tut mir wirklich sehr leid dass die Verbindung zusammengebrochen ist dafür können Sie doch nichts ich gehe ins Hotel und versuche meinen Chefredakteur von dort aus zurückzurufen wiedersehen auf Wiedersehen hm hm der geht ja einfach von dannen ich habe den Presseausweis und sehe dem Mann auf dem Foto auch recht ähnlich bis auf seinen Spitzbart die Brille und den Hut gern würde ich hier etwas übergeben ja 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 die Brille die ich zusammen mit dem Presseausweis aus Addisons Jackentasche geklaut habe sie gehört zu meiner Verkleidung als Journalist mit der man mich dann hoffentlich ins Stadion lässt die Brille die ach so ja mhm der Presseausweis dieses Journalisten Addison bei flüchtiger Betrachtung sehe ich ihm ziemlich ähnlich auf dem ausweishoten trägt er jedoch Spitzbart Brille und Hut jetzt kommt wieder so wahrscheinlich so ein Blödsinn was ich machen muss worauf man euch kommt aber das habe ich alle schon mal gespielt das kommt mir alles sehr bekannt vor ich bin's wieder können sie sich nun als Pressefotograf ausweisen darf ich sie noch mal fragen besorgen sie sich im Büro danke und bis später wiedersehen wieso habe ich die Flasche eingepackt wieso 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 hab ich ne Flasche an Bord ne Flasche ach die Vögel die Vögel sind so Vögel laut ich muss mal was gucken ich glaube ich weggele was ein ist da den Mik hab ich den Filter überhaupt eingeschafft ich weggele ein hab ich den Filter überhaupt an ach so ja der Filter ist an so Museum ähm Moins heute erlärzt ich weiß aber hallo ist da jemand zuhause Muggel ach so Muggel du machst das ich dachte was geht denn jetzt ab hey ihr junger Mann willst du einen Lolli haben? ich komm grad nicht weiter ich bin's nochmal was kann ich für sie tun was kann ich für sie tun gibt es denn da vielleicht noch eine Möglichkeit heute Abend ich frag mich ob es nicht vielleicht doch wie geht's ihr? ach tobe Frage ich dicke ist gut das weiß ich ja schon wie ich schon sagte nur die Gäste hab ich ja schon live gesehen gehört gesehen nicht gehört und wie war das und wie war das mit der Couch? na gut wenn du noch Stüttern brauchst sag Bescheid ich geb mein Bestes hast du was dagegen wenn ich mich hier im Foyer noch ein wenig umsehe? nein solange sie mich nicht bei der Arbeit stören ja geil Wäsche ja alles gut alles gut alles gut ich mach aber nicht so lange heute ich hab sehr spät angefangen und mach auch nur eine Stunde ich bin ja schon eine Stunde dabei eine halbe Stunde alles gut mach mal mach mal deine Wäsche ich hab's schon gemacht heute morgen alles schon nix der lässt sich nicht ha 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 der lässt sich nicht was zeigen ha 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 oh gut die kann sehr penetrant sein das kriegen wir schon hin ja das kriegen wir schon hin was ist das denn? Dürre großer Türgriff er muss mal rot gewesen sein aber mittlerweile ist an vielen Stellen die Farbe abgegriffen soo jetzt ist der abgegriffene Türknopf wieder komplett rot mich stören eben solche Kleinigkeiten warum ja ich lass Werbung laufen jetzt ich hab keine Lust mir die rote Soße an die Hände zu schmieren der mit roter Soße beschmierte Türgriff sieht nun fast wieder aus wie neu solange die Farbe allerdings noch frisch ist sollte man ihn besser nicht anfassen aber doch warum macht man sowas jetzt warum hat er das eine mit roten Soßenresten beschmierte Serviette aus dem Café Erika Erika ich hau nochmal an Hallo ich bin's nochmal was kann ich für Sie tun? so haben Sie was dagegen wenn ich mich hier im Foyer noch ein wenig umsehe? Nein solange Sie mich nicht bei der Arbeit stören solange Sie mich nicht bei der Arbeit stören Prima ja ja wissen wissen wir doch alle schon aber warum ah die Barthaare sitzen felsenfest wenn ich ver- ich hm hm abschneiden ich stutz dem Vieh den Bart er ist ja lang genug hm hm Barthaare von einem Argali Argali sie sind sehr fein und ich muss aufpassen dass sie mir nicht durch die Finger rutschen Nund kleben die losen Haare in einem Büschel zusammen Das klebrige Haarbüschel lässt sich prima auf der Haut festkleben. Eine erstklassige Badattrappe. Äh, nochmal. Der Risseausweis dieses Journalisten Edison. Bei Flüchtigerbetrachtung... Ah, den Hut brauche ich. Den Hut, den Hut. Wieso wird das jetzt gemacht? Die Ausstellungshallen sind geschlossen. Warum? Weiß ich nicht. Heute Abend findet dort einen... Das Kassenhäuschen ist geschlossen. Das Kassenhäuschen ist geschlossen. Wenn ich das Poster kurz und fest gegen den Türknauf drücke, ergibt das... ein interessantes neues Symbol auf... Aaaaaah! Über dem Fotoapparat auf diesem Werbeposter liegt jetzt ein rotes Symbol. Es ist leicht sinnbefreit. Leicht. Mal nochmal kurz hier. Pische, pische. Geil. Aber nur geil. Geil. Gemaß parallly. Pum, pum, bum, pum, bum, 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 bum. Hallo, Potato. Schön, dass du da bist. Bist du offline? Ja, so du musst halten. Hab ich gar nicht mitgekriegt, dass du aufgehört hast. Schon wieder offline, der Potato. Schon wieder offline. Ja, hallo. So, muss ich noch mal anhauen hier. Den Touristen. Guten Tag, Herr Graf. Ah, Sie schon wieder. Hängen hier keine Hackkreuze? Darf man doch jetzt. Ja, aber das Spiel war vor der Zeit mit der Gesetzgebung. 2010. Glaub ich, haben sie nie gepatcht. Oder ich müsste mal einen Mod gibt. Wäre krass. Herr Graf, Sie werden es nicht glauben. Eben habe ich entdeckt, dass es hier auf dem Pariser Platz tatsächlich ein Fotografierverbot gibt. Theoretisch? Was sagen Sie da? Wo soll das stehen? Folgen Sie mir, ich zeige es Ihnen. Hm. Sehen Sie? Da oben? Unglaublich. Skandalös. Und dann kriegst du also recht da einen Schützturm. Hahaha. Hahaha. Ja, lieber Wolfenstein. Hakenkreuze. Habe ich auch erschützt. Das hier hat Kreuze drinnen. Spielt sie mit oder ohne? Ich glaube, ich habe es mitgespielt. Ich weiß es gar nicht. Ne, ich habe ohne gespielt. Ohne Mann aus der Pfanne. Ohne. Stimmt. Und wieder lade ich mir schlechtes Kammer. Einmal kriegt ihr mehr Zuschauer. Watch time. Watch time. Die kommen in den Chat und gucken dann und schreiben. Bei den ganzen Bekloppen die Internet herumrennen. Hahaha. Ja. Kommen alle aus dem Osten. Mit ihrem Internet. Eine moderne Kamera für Profi-Fotografen. Ja. Ist dummerweise schon geschlossen. Achso. Ich steck mein Finger in die Nade. Den Hund will ich haben. Hören Sie auf mit dem Osten bitte. Hahaha. Okay. Okay. Aber deswegen einen mittellosen Leierkastenmann den Hut stählen? Nein. Therische wohne ich auch im Osten. Osten Ost-Hamburg. Ich wohne in Ost-Hamburg. Also bitte dich. Und ich war gestern spazieren. Im Wald. Haben Glasfaserkabel gesucht. Und Glasfaser haben wir nicht gefunden. Aber wir waren draußen. Offline. Na ne. War ich gar nicht so offline. Aber halt. Hünfeblatt. Hallo. Hallo. Wie Sie sehen tanzt hier immer noch nicht der Bär. Warum? Mir gefällt ihr Hut hier auf dem Leierkasten. So? Ach. Das alte Ding setze ich kaum noch auf. Benutze ihn als Geldschale. Hm. Er scheint seinen Zweck allerdings nicht besonders gut zu erfüllen. Oder? Jedenfalls ist kein Geld drin. Bilder halt weil jemand behaupten, das liegt am Hut zu sich. Er hatte keine Haube mehr. Deswegen müssen wir aufhören. Allein Mürsten. Uff. Ja, Hand alleine. Er macht wirklich keinen besonders sauberen... Ich weiß, Hand habe ich früher mal alleine geführt. Öfters mal. Und da hatte ich schon kein Bock gehabt darauf. Gehen wohl auf alte Hüte. Ja. Gehen wohl auf alte Hüte. Geben Sie mir was passendes. Ja. Geben Sie mir was passendes. Da hab ich sogar in der... Peter? Oder war ich alleine gespielt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich war halt alleine. Ich fand es nicht so bürgerlich. Da kam einmal Sanjo mal dazu. Und das war auch mal... Kacke, weil wir gestorben sind. Ja. Koop-Spiele machen im Koop immer mehr Spaß. Dafür ist es ja Koop. Multiplayer. Ist auch Sinn dahinter. Ist ja kein Singleplayer-Game. Ist ja ein... Team-Play. Aber man muss auch ein richtiges Team haben. Wir hätten da etwas. Addisons Ausweis. Einen Hut. So wie die Brille. Und die klebrigen Barthaare des Agalis. Geben eine erstklassige Spitzbart-Attrappe ab. Wie gesagt. Ich mach heute auch nicht lange. Und häng mir die Kamera um. Bevor ich wieder versuche... Jetzt heißt ich spiel eine Stunde. Jetzt mit meiner Beine. Eine Stunde. Und dann mal gucken. Mit meiner Verkleidung und dem gefälschten Ausweis. Ein Quickie. Ein Quickie. Dann musste ich nur noch die Umkleidekabine der englischen Mannschaft finden. Und nun stehe ich vor dir. Was willst du eigentlich von mir? Muss ja unglaublich wichtig sein, wenn du solche Schwierigkeiten auf dich nimmst. Da hast du recht. Wir haben nicht viel Zeit, deshalb komme ich besser gleich auf den Punkt. Ich hab gelesen, dass du als Führender des Zehnkampfs in den abschließenden Weitsprung Wettbewerb startest. Ja, das stimmt. Nun, als Goldmedaillengewinner bekommst du eine Einladung zu einem Empfang nach dem Wettkampf. Der Veranstaltungsort, ein Museum, ist wegen dieses Empfangs geschlossen. Und außer den Gästen darf heute niemand hinein. Ich muss mich dort aber unbedingt etwas umsehen. Und zwar so schnell wie möglich. Warum das denn? Du erinnerst dich doch sicher an Richard Weston. Klar, ihr wart dicke Kumpels auf der Akademie. Was ist mit ihm? Genau das möchte ich herausfinden. Er ist verschwunden. Und eine Spur führt in das Museum. Die Geschichte ist ziemlich kompliziert. Ich bin gleich wieder da. Wenn du etwas Zeit hättest, würde ich dir alles erklären. Aber so bitte ich dich mir zu vertrauen. Ich muss wirklich mit zu diesem Empfang in das Museum. Kannst du mich da irgendwie einschleusen? Keine Frage, ich würde dich natürlich mitnehmen. Alte Kameraden aus Sandhurst lässt man doch nicht im Stich, richtig? Danke, Glenn. Du hast was gut bei mir. Warte, Fenton. Es gibt da ein kleines Problem bei deinem Plan. Dass ich den 10-Kampf wirklich gewinne, ist gar nicht so sicher. Ich liege zwar noch knapp in Führung, aber der Weitsprung ist leider nicht meine stärkste Disziplin. Ich rechne ehrlich gesagt damit, dass der zweitplatzierte Erwin Huber beim Weitspringen an mir vorbeisieht. Er springt einfach viel besser als ich und hat mich dieses Jahr in dieser Disziplin immer geschlagen. Also wird dein Vorsprung nicht für Gold reichen? Ich fürchte nicht. Huber schafft ungefähr 25 Zentimeter mehr als ich. Jedenfalls liegen unsere Jahresbesten... Und jetzt habe ich die Einzelspieler durch, den Nekromanten-Kacken-OP gemacht. Dass sie sich fünfmal aufstellen können, damit den Urgedanken von Hand nichts mehr zu tun hat. Genau wie der Käferkack. Der Spezial-Dunni-Munni. Was, 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 Nekromanten-Kack? Vielleicht nimmt der dich ja mit auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss mal als Handshoulder mal mal angucken. Das kenne ich gar nicht. Das ist ja so schlimm. Schon gut. Okay. Ich verspreche dir mein Bestes zu geben. Wir werden schon sehen, ob es reicht. Lass uns gehen. Es ist Zeit. Ja, die wollen ja halt in Fortnite nacheinfahren immer was Neues reinbringen. Ich bin ja ein Freund dafür, immer was Neues reinzubringen, aber... Viel Glück. Danke. Das werde ich brauchen. Es muss halt gutes neues Zeug sein. Guck mal. Jetzt habe ich nicht zugehört. Ich werde jetzt rein, ja, ne? Einzespieler können sich bis fünfmal selbst wieder aufstellen. Ach so. Ah. Also haben sie es vereinfacht. Einzespieler haben sie einfach vereinfacht. Also war es für mich vereinfacht. Okay. Wenn du beim Fortnite tot bist, dann bist du halt tot. Ja stimmt. Ausgleichspiel ist Kreativ-Modus. Da kommst du immer wieder aus. Aber Kreativ ist wieder eine andere Geschichte. Nekromanten. Also haben wir es für Kinder. Kinder werden zugänglich gemacht. Das Spiel ab 18. Turnschuhe. Da klaue ich Turnschuhe. Warum weiß ich es nicht? Ich klaue einfach alles hier, was geht. Eine Flasche mit Reinigung. Von dem Mainstream. Ja. Ja. Die wollen halt die Masse. Wie du schon sagst. Mainstream. Die Masse. Das ist mir zu schmutzig. Darum lass ich es hängen. Das liebe Geld halt. Alles. Was. Nein. Ich trag nicht gern die verschwitzten Sachen wildfremder Leute mit mir rum. Warum nicht? Ich nehm mal eins mit. Ich nehm mal eins mit. Ich nehm das mal mit. Ich nehm diesmal mit. Ach. Ich nehm mal alles mal mit. Die sind alle verschlossen. Die sind alle verschlossen. Auf geht da. Es ist festgeschraubt. Ja. Kein Problem. Ich hab an der kaputte Glasschalb. Ne. Geh gar nicht. Der eine Haken hier scheint locker zu sein. Hab ihn. Höh. Den nehm. Dieser Haken mal mit. Kleptomanie ist hier echt was tolles. Der Haken gibt einen prima Hebel ab. Das Lüftungsgitter ist chancenlos. Das hier scheint ein Gerätelager zu sein. Oh. Ja. Ach. Das ist ja mit dem Marsbahnkacke da. Ach. Die sind schwer und sperrig. Also lass ich sie lieber hier stehen. Eine kann ich ja mal mitnehmen. Hanteln. Hanteln. Ich steck meine Hantel ein. Ja. Alles gut. Alles okay. Hab ich auch gemacht bei dir. Sie sind alle abgeschlossen. Hier steht. Geprüfte Messinstrumente. Gereicht durch das IOC. 1936. Handhabung nur durch autorisiertes Personal. Okay. Autorisiertes Personal. Eine Flasche mit Reinigungsmittel. Hier steht. Reiniger für Steinböden. Löst härteste Verschmutzungen. Vorsicht. Nicht auf Kunststoff Oberflächen anwenden. Enthält das Lösungsmittel Aceton. Aceton. Auf diesem Metallregal liegen neben zwei Speeren auch Sportgeräte für Hammerwerfen und Kugelstoßen. Die Konstruktion muss sehr robust sein um das ganze Gewicht zu tragen. Zusätzlich sind die Füße des Regals am Boden festgeschraubt, damit es unter der Last nicht umkippt. Und kippt. Ich betone mich mal egal. Und kippt. Auf dem Tisch liegen diverse Sportgeräte und Messinstrumente. Stoppuhren, Staffelstäbe, ein paar Tischtennisbälle und ein Maßband. Hm. Könnte nützlich sein. Hm. Mit der scharfkantigen Flaschenscherbe könnte ich das Maßband bestimmt zerschneiden und es dadurch quasi manipulieren. Klingt interessant. Und von der Manipulation bis zu meinem Wunschergebnis beim Weitsprung ist es dann sicher nicht mehr weit. Hm. 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 Selbst wenn ich es könnte, warum sollte ich das Stück wieder am Maßband befestigen? Ich hab's doch eben erst abgeschnitten. Ein Plan nimmt Gestalt an. Von dem einen Meter langen Stück schneide ich weitere 25 cm ab. Das ist exakt die Länge, die Glenn beim Weitsprung auf die Bestweite seines Verfolgers fehlt. Richtig. Für eine perfekte Manipulation des Maßbands muss ich das um 25 cm gekürzte Stück natürlich wieder an der Rolle anbringen. Das würde beim Messen mit diesem Maßband einen um 25 cm höheren Wert ergeben. Mit etwas Glück reicht das für Glenn um den 10 Kampf doch noch zu gewinnen. Dazu brauche ich aber Klebstoff oder etwas ähnliches. das würde beim Messen mit diesem Maßband einen um 25 cm höheren Wert ergeben. mit etwas Glück reicht das für Glenn um den 10 Kampf doch noch zu gewinnen. Dazu brauche ich aber Klebstoff oder etwas ähnliches. Ja, Lolli. Ich hab'n Lolli. Das ist auch ein Klebstoff. Ohne Klebstoff kann ich die manipulierten Teile des Maßbands nicht wieder zusammenkleben. Hallo. Lolli ist auch genauso geil. Ohne Klebstoff kann ich aber die... Lass mich doch in Ruhe. Klebstoff. Die Tür nach draußen ist verschlossen. Die Startliste für den Weitsprung, vor diesem letzten Wettbewerb des 10 Kampfs liegt Glenn knapp in führung. Deswegen ist er als letzter dran. Auf dieser Liste stehen die Jahresbestleistungen aller am Zehnkampf teilnehmenden Athleten. Glens härtester Verfolger, Erwin Huber, ist demnach beim Weitsprung immerhin um 25 cm besser als er. Falls beide heute Abend an ihre Bestleistungen anknüpfen, könnte der Deutsche meinem Kumpel den Sieg noch vor der Nase wegschnappen. Ich muss das irgendwie verhindern. Nur wenn Glenn gewinnt, kann er mich heute Abend auf den Empfang im Museum mitnehmen. Ach so, er nimmt mich mit. Das Poster lädt zur Teilnahme am olympischen Fackellauf durch die Stadt ein. Da die Spiele bereits begonnen haben, ist diese Veranstaltung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon vorbei. Das lasse ich besser bleiben. Warum? Ich würde mir ja doch nur einen saftigen Stromschlag einfangen. Warum? Was war an, Alter? Sie ist verschlossen. Nein, nicht Stadion verlassen. Stadion gehen. Ich werde sicherheitshalber wieder in meine Fotografenverkleidung schlüpfen. Fotografenverkleidung. Auch wenn der Hut müffelt und die Barthaare jucken. Wenn ich mich dort bei den Wettkampfstätten umsehen will, habe ich leider keine andere Wahl. Der Zehnkampf geht in seine entscheidende Phase. Wir sehen noch vier Athleten, die im abschließenden Weitstrung um die Medaillen kämpfen. Als nächstes springt Chandor Molna aus Ungarn. Er ist der viertplatzierte nach den bisherigen Wettkämpfen. Der Sprung ist gültig. Aber wird es für den Ungarn reichen, um sich im Plattement noch nach Korn zu schieben? Sieben, fünf. Sieben Meter und fünf Zentimeter. Sieben Meter und fünf Zentimeter. Das war ein großartiger Sprung von Chandor Molna. Ob das für einen Fodessenplatz reicht, werden wir in wenigen Minuten wissen. Dann springen zum Abschluss des Wettbewerbs die drei Führenden in diesem Zehnkampf. Zunächst Lauri Askula aus Finnland. Dann der deutsche Erwin Huber. Und schließlich Glenn Parker aus Großbritannien. Viel Zeit bleibt mir nicht mehr, um Glenn zu helfen. Ja, ich bin wach, bin da, bin da. Wann los? Hallo, hallo, bin voll da. Ich sollte hier draußen nichts tun, was meine Tarnung aufliegen lassen könnte. Laufbahn. Sie stören die Konzentration der Athleten. Begeben Sie sich bitte zu den Presseplätzen am Rand der Tribüne. Verzeihen Sie bitte. Soll nicht wieder vorkommen. Ja, ist ja gut, dann gehe ich wieder. Ist ja okay. Ja, ich habe gestern viel getrunken. Man sieht, dass ich nicht mehr... Ja, hab schon gesehen, bei den Alerts. Ja, ich muss da ein bisschen was ich werde ändern. Einfach, da hat die Update gegeben, keine Ahnung. Auch die Bildbreite stimmt nicht so, wie ich haben möchte. Ich habe auch, morgen auch keine Lust, da etwas zu machen. Das ist nichts drin, was ich herausholen könnte. Und jetzt, heute bin ich auch nicht motiviert, weil ich gestern zu tief ins Glas geguckt habe. Ich hatte gestern einen Besuch gehabt, den ihr auch kennt. Das Kabelbündel führt nach draußen ins Stadion. Das ist der größte Kack, ja. Ich mag eigentlich auch nicht solche Dienste wie Sound Alert, wenn der Sound im Cloud irgendwo gespeichert ist. Eher mal Arsch der Welt. Das habe ich mir auch mit den Overlays ganz schnell geändert. Die ganzen Overlays, die ich habe, sind auf meinen Rechner gespeichert. Ich habe diesen Rechner gespeichert. Wenn er was isst, kann ich darauf zugreifen und es läuft besser als irgendwie so eine www.overlay-ich-mach-dich-dick.de zu hinterlegen. Daher. Ein Grundriss des Stadions. Keine große Hilfe. Unter Orientierungslosigkeit leide ich eigentlich nicht. Deswegen müsste ich die Sounds und die Bilder eigentlich mal einfach mal auch mal Rechner im Ruder kriegen. Und dann läuft zuerst eine viel schneller Reaktion. Und ich habe jetzt nur einen Drittanbieter dran. Ich habe gesagt, Drittanbieter dazwischen zu hängen. Und dann auch von so einem Nilsson. Ziegenbart-Mister. Wieso? Kann ich jetzt gehen, oder? Ich bleib lieber hier und... Ich bleib lieber hier. So geht noch nicht. Ja, ja, da habe ich ja schon benutzt. Und wozu habe ich die Hantel? Oder die Reinigungsmittel? Habe ich hier irgendwas übersehen? Sie sind alle abgeschlossen. Vielmöglichkeiten habe ich wieder nicht, weil ich ja... Während meiner Zeit auf der Militärakademie habe ich mich auch an der Leichtathletik versucht. Ich erinnere mich noch bestens an das Gewinn der Kuhlern. Und darum verzichte ich gerne auf, sie mit mir herumzuschleppen. Metall. Achso, guck mal, Metall. Mit bloßen Fingern kann ich die Schrauben nicht lösen. Ja. Avoir. Entfer 들та. đã w Shawnin. Ja. 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 Wenn das glass還是 noch gut kommt, im Sемся na pedal. Ja. 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 Ch моз påb 나는 dumrklau. Ja. 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 Nehm. So, ich bin wieder da. Ich spiele jetzt mit meinem Baby. Mit Muckel? Du spielst mit deinem... What? So, ich mach jetzt mal was. Ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht machen. Baby-Simulator. Baby-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi. Ich sollte den normalen Ausgang der Katakombe nehmen, wenn ich ihn aus dem Schaden... Mach das! Danke, Evan Lourdes. So. Viel kann ich nicht erkennen. So, ich muss jetzt immer hier was machen. Äh, immer hier. So. Also, mit bloßen Fingern kann ich die... Also, mit bloßen Fingern kann ich die nicht lösen. Also, mit bloßen Fingern kann ich die Metallplatte lockere, könnte ich den Linken spinnt vielleicht öffnen. Dazu müsste ich aber die vier Schrauben in den Ecken der Platte lösen. Und dafür ist der Kleiderhaken mit seinem Kugel rund um Ende leider denkbar ungeeignet. Komme ich da... Aber ist ja alle abgeschl... Alle abgeschlossen. Gibt es doch keinen. Hochsprungmatten, ja. Ah. Ah. Ja, 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 ja. Lass mich los und holen. Kann man das nicht? Kann man das nicht? Kann man das nicht? Gute Idee. Wer weiß, da mein linker Arm... Kann man das nicht? Gute Idee. Okay, da mein linker Arm... Oh. Ein Fackelhalter. Leer. 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 Ein Fackelhalter. Leer. 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 Alles leer. Immer leer. Es ist einfach immer leer. Leer. Immer, immer leer. 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 Lass mich da auch sein. Lass mich im Ruhe. Ich kann nicht so... Kabel... Oh. Vorerst lasse ich lieber die Hände davon. Ich könnte entdeckt werden und in Teufels Küche kommen. Ja, kann die... Komm mal. Komm mal hier. Kaputt schneiden. Lern. 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 Auch Pressefotografen dürfen nicht wirklich in die Nähe der Weitsprung. Bevor ich nicht eine Möglichkeit finde... Ja, das habe ich verstanden. Ein 25... Ich verstehe das momentan nicht. Achso, oder... Hammer, 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 hammer. Ach, guck mal. Ich habe gerade Fuß. Die Verschraubung des Regalfußes lässt sich nicht lösen. Wie gut. Die festen Verschraubungen werde ich mit dem Kleiderhaken nicht lösen können. Aber ich lege ihn mal hier auf den Metallschuß. Ja, darauf habe ich gewartet. Ich könnte den Kleiderhaken sicher vielseitiger einsetzen, wenn ich ihn mit der schweren Handlöchle verbiere. Oder sagen wir, modifiziere. Los geht's. Einmal hauen. Profi. Verdammt. Der Kleiderhaken bleibt nicht liegen, sondern springt beim Zuschlagen weg. Die festen Verschraubungen werde ich mit dem Kleiderhaken nicht lösen können. Aber er legt ihn da rauf, so. So fest verschnürt. Fest verschnürt. An die Arbeit. An die Arbeit. Ein ganz schöner Lärm, aber es hat geklappt. Das runde Ende des Kleiderhakens ist flach. Tippt 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 tippt. Das plattgedrückte ende des Kleiderhakens gibt jetzt einen brauchbaren Schraubendreher ab. Am zwei hängen ich immer wo, f um diese Ohne gerade Lösung an mir kurz voran. Ist doch auch nur ein Nulljahre, null Plus. Tada! Ich präsentiere das Innere des Spins. Ja, geil, ne? Ein Kampfrichteranzug. Ein offizieller Kampfrichteranzug des IOC. Über die Farbe kann man streiten, aber das Material macht einen hochwertigen Eindruck. Und abgesehen davon scheint es auch noch genau meine Größe zu sein. Oh Gott. Kann ich jetzt rausgehen? Ich brauche wohl doch eine bessere Verkleidung. Als offizieller Kampfrichter kann ich Glenn sicher leichter zum Sieg verhelfen. Wow, wie wir alle feiern. Das Versuch ist nötig. Jetzt sind wir... Naja, komm. 7,25 Meter und 25 Zentimeter. Gerade erfahren wir die Weite. 7 Meter und 25 Zentimeter. Ein sensationeller der Sprung des finnischen Ausnahmesportler. Okay. Können Erwin Ruber und Glenn Parker damit halten? Die Spannung vor den Sprüngen der letzten beiden Athleten ist kaum noch zu überbieten. Erwin Ruber liegt in der Gesamtwertung nur knapp hinter dem führenden Glenn Parker aus Großbritannien. Damit hat der Deutsche die aller hitungslos Okey 다음에 Dann wissen wir wer die Goldmedaille im Zehnkampf gewonnen hat. Langsam sollte mir wirklich einfallen wie ich den Ausgang des Wettkampfs zu Glends Gunsten beeinflussen kann. Ja, ich glaube ich würde lang nicht was machen. Ich stehe hier nur rum hier. Ich spreche ihn lieber nicht an. Mit dem Mikrofon übermittelt der Kampfrichter... Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ich hab keine Ahnung. Ich bin grad schon wieder befragt, was ich hier machen soll. Ja, ein Schild. Ja, hab ich schon gelesen. Geprüft. Oh, Tennis. So die Kleinigkeiten, das ist echt schlimm. Die vermisst sich ja niemand. Ja. Der Reiniger enthält Dimethylketon, beziehungsweise Propanon, besser bekannt unter dem Trivial Namen Aceton. Hm. 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 Scheiße. Eigenes Gefäß. Auch nicht. Eigenes Gefäß. Die Brümmen sind auch kacke. Wo kann man das denn machen? Der Papierkorb. Haha. Der Mülleimer ist groß und robust. Also bestens geeignet für mein kleines chemisches Experiment. Das Lösungsmittel macht seinem Namen alle Ehre. Die Tischtennisbälle lösen sich im Acetonhaltigen Reiniger auf wie Eiskugeln in kochendem Wasser. Zurück bleiben klebriger Brei und beißender Gestank. Aus. Naja. Egal. Jetzt hab ich zugehört. Das Niveau hat auch meine Experimentierfreudigkeit ihre Grenzen. Das klebrige Zeug aus dem Mülleimer möchte ich nicht an meinen Fingern haben. Glaub ich. Ja. Um das manipulierte Stück wieder an die Maßbandrolle zu kleben, brauche ich Klebstoff. Und die klebrige Substanz im Mülleimer könnte diese Funktion erfüllen. Es ist... Ich find's... Bei dem Spiel, Adi, was ich nervig finde, dass er alles kommentiert, was ich mache. Oder er machen will. Um die Manipulation des Maßbands abzuschließen, klebe ich das um 25 cm gekürzte Stück wieder an die Rolle. Das fühlt sich anstrengend. Das fühlt sich anstrengend. Das fühlt sich anstrengend, aber... Ich hab hier ein manipuliertes Maßband, dazu muss ich... Verehrte Zuschauer, ihr geht wenigen ab. Ja, ja. Juhu! Juhu! Ein großartiger Versuch! Der Sprung ging doch... Ja, ja, komm, mach mal schneller. Juhu! 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 Bis es irgendwann durchschmort. Dann gehen draußen an der Weitsprunganlage die Lichter aus und der Wettkampf muss unterbrochen werden. Das Beste daran, mir bleibt genug Zeit, um mich von hier zu verdrücken, damit auch wirklich niemand Fenton Paddock mit diesem Sabotage-Akt in Verbindung bringt. So, jetzt aber nichts wie weg hier. Berlin hält den Atem an. Die Entscheidung im Zehnkampf steht unmittelbar bevor. Glenn Parker macht sich auf der Anlaufbahn bereit zum alles entscheidenden Sprung. Ich möchte jetzt auf die Zuschauer auf den Rängen um etwas Ruhe bitten, damit... Einen Moment. Wie zu aus, als gäbe es an der Weitsprunganlage eine technische Störung. Test, Test, eins, zwei, drei. Hören Sie mich? Was ist denn los? Tja, was soll schon los sein? Kompletter Stromausfall in diesem Stadionbereich. Wahrscheinlich wieder was mit den Kabeln. Ich überprüfe das mal. Kommen Sie mit. Vielleicht brauche ich Ihre Hilfe. Sollte Sie gar nicht sein Techniker drumherum an? Diese Nachtwächter sind mir zu langsam. Der Wettkampf muss zügig fortgesetzt werden, damit er fair bleibt und das Ergebnis nicht verzerrt wird. Könnten Sie bitte so lange ein Auge auf die Unterlagen haben, während wir versuchen, den Defekt zu beheben? Aber selbstverständlich, lieber Kollege. Bei mir ist alles in besten Händen. Aber er nimmt seine Fahne mit. Wichtig. Bitte das liegen zu lassen. Oh, Mann. Oh, ich bin schnü... Ja, Entschuldigung. Ich bin hier gerade überblendet. Zack. Ja, ja. Wir gehen gleich los. Ich muss nur hier noch was austauschen aus technischen Gründen. Der perfekte Zeitpunkt, das Originalmaßband gegen das manipulierte Ost zu tauschen. Meine Damen und Herren, der technische Defekt wurde behoben. Die Kampfrichter kehren gerade an ihre Plätze zurück. Und es kann weitergehen. Hat sich Glenn Parker durch diese Unterbrechung berühmt nicht aus dem Konzept bringen lassen? Ich sehe, dass er sich wieder auf seine Startposition begibt. Jedes Moment wird er zum alles entscheidenden Sprung ansetzen. Der Versuch war gültig. Aber war er weit genug? Von hier oben hatte es nicht den Anschein, dass Glenn Parker an die Weite von Erwin Huber herankam. Was sagt die weiten Messer? 7,35. 7 Meter und 35 Zentimeter. 7 Meter und 35 Zentimeter. Damit bleibt er zwar knapp hinter der Weite von Erwin Huber zurück. Aber es reicht am Ende für Glenn Parker aus Großbritannien. Der Vorsprung ist zwar verschwindend gering, aber wer fragt später noch danach? Die Goldmedaille geht an Glenn Parker. Erwin Huber muss sich mit Silber zufrieden geben. Und die Bronze-Medaille erkennt Laurie Ascola aus Wimland. Damit ist dieser überaus spannende Zehnkampf beendet. Die Geschichtsschreibung möge mir vergeben. Dass ich den olympischen Gedanken verraten und einen Wettbewerb manipuliert habe, ist schlimm. Aber sicher nicht so schlimm wie das, was passiert, wenn das Geheimnis von Shambhala in die Hände der Nazis fällt. Eigentlich ist das Spiel auf Spielzeitstrecke, das ich gemacht habe. Hat ja nichts mit der Story zu tun. Großartig. Zwei Stunden später auf der Entfange im Museum. Geil. Danke noch mal. Vier. Ohne deine Hilfe hätte ich es niemals hierher geschafft. Schon gut. Willst du wirklich nicht auf ein Gläschen mitkommen und den Sieg feiern? Leider drängt die Zeit. Ich muss die Gunst der Stunde nutzen und einen Weg in die untere Etage des Museums finden. Dann lass dich mal nicht länger aufhalten. Vielleicht sieht man sich ja mal beim Jahrestreffen in Sandhurst. Warum nicht? Wenn ich eine Einladung bekomme? Dann viel Glück bei deiner Suche nach Richard. War schön, dich mal wiederzusehen, Fenton. Danke, Glenn. Hat mich auch sehr gefreut. Alles Gute. So, jetzt geht hier schon wieder weiter. Auf diesem Tisch stehen eine Flasche Champagner und ein Glas. Mitnehmen. Alles mitnehmen. Der Deckel des Schaukastens ist geschlossen. So, ich hab alles wieder. In diesem Schaukasten befinden sich Ausrüstungsgegenstände einer Expedition, die Ernst Schäfer vor zwei Jahren in Tibet durchgeführt hat. Neben einer Kletterausrüstung sind auch eine kleine Filenkamera sowie Kleidungsstücke ausgestellt. Der weiße Schal hier könnte sich früher oder später als nützlich erweisen. Fast hätte mich einer der Gäste beim Stehlen erwischt. Ja, kann man doch machen. Jetzt, schnell, stehen, zack. Den langen weißen Schal könnte ich gut brauchen. Aber solange die Gäste hier frei umherlaufen dürfen, ist mir das Risiko, ertappt zu werden, einfach zu groß. Jo, da ändern wir uns mal, ne? Ich nehme mal die komplette Absperrung mit. Die komplette. Einer die komplette, er nimmt mir mal alles mit. Ich stelle diesen Ausgang mal ab. Dann werde ich nicht ständig von Gästen gestört, die nach den Toiletten suchen. Ich nehme nur den Schal an mich. Sein Besitzer wird ihn jetzt im Sommer entbehren können, denke ich. Wandschrank. Die Schranktür ist abgeschlossen. Sieht aus wie ein kleiner Wandschrank. Überraschung. Abgeschlossen. War ich schon mal so weit? Eine Holzkür mit einem Eisenschloss. Die Party jetzt schon verlassen? Kommt nicht in Frage. Es war schließlich schwierig genug, überhaupt reinzukommen. Heute bin ich ein bisschen unruhig. Auf dem Gemälde ist ein Palast im Himalaya zu sehen. Ein Kloster im tibetischen Hochland. Soweit ich das beurteilen kann, handelt es sich dabei jedoch nicht um das Kloster im Kembalung-Tal. Jak an Berghang. Ein wirklich treffender Titel für das Bild. Eine Karte von Tibet. Ernst Schäfer hat sie während seiner Tibet-Expedition in Hand gezeichnet. Hand gezeichnet. Hand erlesen. Ich lasse die Absperrung auf jeden Fall vor dem Eingang stehen. So habe ich hier meine Ruhe und werde nicht von herumlaufenden Gästen gestört. Ich lasse die Absperrung auf jeden Fall vor dem Eingang stehen. So habe ich hier meine Ruhe und werde nicht von herumlaufenden Gästen gestört. Hä? Psch, 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 Psch. Der Deckel des Schaukastens ist geschlossen. Ja, 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 ja. Die Party jetzt schon. Hä? Verstehe nicht ganz. Ein guter Meter feinste Kaschmirwolle. Achso. Die Champagnerflasche wurde zwar schon geöffnet, aber viel getrunken hat man daraus nicht. Es ist immer noch reichlich sprudelnder Shampoos drin. Oh. Ich nehme ihn mal raus. Placomusophilie zählt zwar nicht zu meinen Hobbys, aber ich mache das Drahtkörbchen am Korken der Champagnerflasche trotzdem mal ab. Mann Schrank. Eigentlich müsste ich das einfache Schloss des Wandschranks mit dem Draht knacken können. Na dann los. Ja. Ruhig. Im Schrank befinden sich Putzutensilien. Den Wischmopp und das Glas mit Salzsäure nehme ich mal mit. Salzsäure? In diesem Glas, das ich im Putzschrank gefunden habe, befindet sich Salzsäure. Wie man wissen sollte, kann man das Zeug nämlich unter anderem auch zum Entfernen von Kalkablagerungen auf Fliesen verwenden. Okay, Türen auf. Die Säure ätzt das Schloss auf. Super. Drei Stunden habe ich die verbliebenen Exponate jetzt durchsucht. Aber die Karte des Pirerés ist nicht dabei. Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, werte Kollegen, die meisten Ihrer Forschungsstätten wurden bereits letzte Woche auf die Webelsburg gebracht. Ein unglaublicher Affront, mich während meiner Abwesenheit aus dem Labor werfen zu lassen. Das werden Sie bereuen, Schauberger. Bitte bewahren Sie Haltung, Frau Gräfin. Ich hatte mit dieser Entscheidung überhaupt nichts zu tun. Meinen neuen Antrieb könnte ich auch in jeder anderen Forschungseinrichtung weiterentwickeln. Ehrlich gesagt war ich von der Verlegung meiner Apparaturen in ein Labor mitten in der Stadt auch nicht gerade begeistert. Es ist absolut inakzeptabel, dass ich über den Umzug nicht informiert wurde. Wer hat das angeordnet? Der Befehl kam von ganz oben, wie ich gehört habe vom Minister persönlich. Vom Minister? Überrascht Sie das? Mir ist zu Ohren gekommen, dass einige Ihrer sogenannten Ordensbrüder erheblichen Einfluss auf den Minister gewonnen und ihn zum Umzug ihrer Forschungseinrichtung auf die Webelsburg überredet haben. Sie sollten wissen, dass ich dem Thule-Orden mitnichten angehöre. Er bezahlt mich lediglich für meine wissenschaftlichen Expertisen. Wie auch immer. Jedenfalls war Ihren Esoterik-Freunden dieses Museum offensichtlich keine angemessene Umgebung mehr für Ihren Club. Deshalb trugen sie dem Minister die Idee von dieser Ordensburg nahe Paderborn zu. Der war davon so angetan, dass alles plötzlich ganz schnell gehen musste. Man hat also ihre Exponate und Unterlagen zusammengepackt und auf die Webelsburg gebracht. Meine Mitarbeiter und ich mussten im Gegenzug vom beschaulichen Brandenburger Land hierher in die Stadt umziehen, damit das Wehrkommando unsere Forschungen besser überwachen kann. Wie bedauerlich. Aber Sie müssen meine Empörung verstehen. Eins der Exponate, die Karte des Pirirees, ist überaus bedeutend für meine aktuellen Forschungen. Ich fahre ins Ministerium, um den Sachverhalt persönlich zu klären. Danach werde ich unverzüglich nach Paderborn zur Webelsburg aufbrechen. Sturmbahnführer. Jawohl, Frau Gräfin. Verwahren Sie diese Tasche, bis ich aus dem Ministerium zurück bin. Der Inhalt ist extrem wertvoll. Beschützen Sie ihn also, falls nötig, mit Ihrem Leben. Haben Sie mich verstanden? Jawohl, Frau Gräfin. Jetzt geht er laufen. Mit der Tasche. Natürlich. Also, in der Tasche befindet sich hundertprozentig das Drachenauge. Die Karte des Pirirees hingegen ist wohl nicht mehr hier in Berlin, sondern auf einer Burg in der Nähe von Paderborn. Gräfin von Hagenhild ist weg. Wir können jetzt unseren Testlauf durchführen. Alle Anzeigen sind überprüft und im grünen Bereich. Lassen Sie uns beginnen. Was ist der Touch? Ziehen Sie den Hebel langsam nach oben und stellen Sie ihn auf das niedrigste Energieniveau ein. Wir wollen doch nicht, dass uns hier alles um die Ohren fliegt. Ich aktiviere jetzt einen Antriebsimpuls. Halten Sie sich besser gut fest. Antrieb. So weit, so gut. Reaktivieren Sie die Energie zuvor wieder. Ausgezeichnet. Mein lieber Freund, bald werden wir mit unseren neuen Fluggeräten Geschichte schreiben. Lassen Sie uns jetzt die Leitungen kontrollieren. Jedes noch so kleine Leck könnte uns beim nächsten Versuch alles ruinieren. Mhm. Triebwerke. Ne, die Deutschen waren schon ziemlich technisch, weil eigentlich. Sonst zeigt man nicht da. Eine günstige Gelegenheit, meine Deckung zu verlassen. Die Wissenschaftler sind beschäftigt und der Soldat hat sich in den kleinen Raum begeben. Ganz theoretisch ist das typische Spiel, dass die Deutschen scheitern werden, alles verlieren, was sie haben. Potsplitz. Der Griff war lose und ist abgebrochen. Der Kasten lässt sich ohne Griff nicht öffnen. Ein roter Kasten aus Metall. Der klassische W... Der Korken... Nichts einfacher als das. Der Korken steckt jetzt wieder fest auf der Flasche. Wenn ich die Champagnerflasche kräftig schüttle und dann gut ziele, könnte ich den roten Knopf dort unten treffen. Geübt ist schließlich geübt. Aber ich muss erst die Energiezufuhr einschalten, bevor ich die Turbine aktivieren kann. Und dann? Der Stiel des Wischmops ist zwar lang genug, aber damit kann ich den Hebel nicht nach oben ziehen. Ein dünner Griff aus Metall. Der klassische... Ein guter Metaf... Oh Gott, äh... Schnarchi... Ich kann sie schnarchieren zurecht. Ich kletter da besser nicht drüber. Dort unten würden mich die Wissenschaftler und der Soldat sicher bemerken. Ich komme da nicht dran. Wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, handelt es sich bei dieser Maschine um einen Antrieb für Fluggeräte. Der Wissenschaftler entwickelt ihn im Auftrag des Wehrkommandos. Bei der Vorstellung, dass die Nazis irgendwann über Flugzeuge mit so einem Antrieb verfügen, wird mir Angst und Bange. Aber das ist ein anderer Kriegsschauplatz. Ich muss Gräfin von Hagenhild aufhalten und ihr das Drachenauge nebst der Karte des Piri-Rees abjagen. Piri-Ree. Keine Ahnung, wie ich ihn oder die anderen da unten außer Gefecht setzen soll. Warte, ne. Ich gebe wieder hoch. Ich habe keine Lust mehr. Tschüss. Ich lasse die Absperrung auf... Die Party jetzt schon verlassen? Kommt nicht... Das ist crazy. Das ist crazy. Das lasse ich im Moment... Das lasse ich im Moment in Ruhe. Hallo? Die Konsole ist... So lange sich die beiden... ... Ich lasse die beiden... ... ... Vielen Dank. So, ich mach Feierabend. Tschau, tschüss. Nein, ich mach Schluss gleich. Ich mach gleich. Ich mach gleich Schluss. Ich mach gleich Schluss. Aber eigentlich will ich das noch lösen. Das will ich noch lösen. Das wichtig ist hier nicht. Teilgriff, Wischmob. Das Rätsel will ich noch machen. Wieso? Ich komm nicht ran. Auf dieser Konsole ist ein Hebel, mit dem man die Energiezufuhr der Turbine regelt. Ja. Das will ich noch lösen. Wenn ich die Champagner habe, ich muss er... Ja, ja. Das will ich noch zu Ende machen. Ein roter Kasten. Das ist mir alles zu hoch gerade. Wenn ich das... Er entwickelt im Auftrag des Deutschen... Schaubergers Assistent. Schauberger. Äh, 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 äh. Theoretisch... Schal mit Knauf. Ich will das noch fertig machen, bevor ich... ausmache. Das will ich es noch machen. Ah, hier. Knaufi. Da. Oh, ja. Ich schicke den Griff zwischen Deckel und Untergestell des Schaukastens. Dann ein kurzer Rock und... Sesam, öffne dich. Ich brauch mir mal einen Haken der Kletterausrüstung. Die Filmkamera ist bei näherer Betrachtung nur noch Schrott. Und auf die Wollsocken von Ernst Schäfer bin ich auch nicht besonders scharf. So, dann machen wir den da ran. Ein Versuch ist es wert. Vielleicht eröffnet mir das ja völlig neue Verwendungsmöglichkeiten, wenn ich den Kletterhaken an den Schal binde. Ja, den Schal machen wir jetzt da an. Der Schal ist zu kurz. Damit erreiche ich den Hebel auf der Konsole nicht. Achso, dann machen wir den mit Mob. Ich binde den Haken mit dem Schal am Stil des Mobs fest. Mob, Mob. Und den Mob an den Haken. Hallo, Bruder. Wenn ich vorsichtig bin, müsste ich damit den Hebel unbemerkt nach oben bewegen können. Jetzt habe ich einen Mob-Schalhaken. Ich bin Mob blank. Eine Portion maximaler Energie, bitte. Als Kind habe ich das auf jeder Silvester-Party meiner Eltern geübt. Man muss einfach nur kräftig schütteln und dann in deinem Arten erzielen. Was soll das denn? Festhalten! Was ist denn da draußen los? Also manchmal bin ich echt ein fieser Hund. Und jetzt? Der Soldat und die Wissenschaftler sind zwar nicht nur mein Problem, aber jetzt verhindert der starke Luftzug, dass ich so einfach nach unten in den Raum kann. Also machen wir ja wieder aus. Oh, ich mache das Klasse da rein. Die Klasse. Die Turbine ist aktiviert und sie verursacht eine gigantische Luftverwirbelung. Egal. Ah, Luftverwirbelung. Nein. Nein. Ja, wenn ihr auch mit feiern, ist abend. Also wenn ihr feiert und unser Podcast vorbereitet. Ja, ich mache es gleich aus. Ich bin nur ein... Die drei Zentimeter. Ja, ja. Die drei Zentimeter, gesachsen bist. Ich sollte hierbleiben und das Chaos nutzen, um in den kleinen Raum zu gelangen, in dem das Tatenauge ist. Selbst wenn ich sie erreichen könnte, werde ich nicht ohne das Drachenauge von ihr verschwinden. Sie fühlen sich verrückt. Der Kasten lässt sich ohne Griff nicht öffnen. Achso. Ich stecke den Griff wieder in die Tür. Hoffentlich kann man sie noch öffnen. Bingo. Herr Geöhn. Herr Geöhn. Wenn ich ungesichert über das Geländer klettere, wirbelt mich der Luftzug durchs ganze Labor. Wenn ich ungesichert über das Geländer klettere, wirbelt mich der Luftzug durchs ganze Labor. Das lose Ende des Schlauchs binde ich fest an dieses Geländer. Wohin soll das lose Ende? Der Schlauch dürfte mein Gewicht problemlos halten, wenn ich mich damit zum Büro vorarbeite. Oh man. So. Woh? Nun denn, wo ist das Drachenauge? Herr Schloss, das war's. Das geht ja, ist ja, geht ja endlos weiter. Tschüss. Das geht ja. Das schlauchbad wird in der Kreuzung. Untertitelung des ZDF, 2020